kein vögelchen da so der paulchen bekommt heute huhn und leber da guckt er schon wieder da guckt er schon so wie eine dicke guck mal hier so meine kartoffeln die kochen auch ich mach mal heute kartoffelpüree und hab noch fischstäbchen muss auch alle werden jetzt schmeckt wieder wappaule wieder dicker